Heute ist der siebte Tag unserer gemeinsamen Reise. Ein besonderer Tag. Es ist ein Drittel der Zeit, die wir gemeinsam verbringen. Vielleicht beginnen wir ja schon zu merken, wie die Mantras uns durch jeden Tag begleiten. Und vielleicht finden wir auch andere Wege, sie zu genießen, sie zu integrieren, sie zu fühlen und zu ehren. Ja, und auch mit ihnen zu experimentieren. Denn sie haben alle, wie du jetzt weißt oder zu verstehen beginnst, verschiedene Qualitäten. Sie sind unterschiedliche Schlüssel, die verschiedene Türen in denselben Raum des inneren Friedens öffnen. So, vielleicht hast du ja auch damit experimentiert, eines der Mantras zu nehmen und es den Tag über in dir zu tragen. Hast es dir in stressvollen Momenten wieder ins Bewusstsein gerufen und ihm erlaubt, dich wieder in deine wahre Realität, dein wahres Selbst zu führen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dies wird auch das große zwölfsilbrige Befreiungsmantra genannt. Es ist ein Mantra, das sagt, Om ist der Name dessen in mir, dass sich der Einheit aller Dinge bewusst ist. Und ich möchte es wiederholen, weil es so kraftvoll ist. Om ist der Name dessen in mir, dass sich der Einheit aller Dinge bewusst ist. Om ist Om. Namo bedeutet, ich biete dar. Vagavatee ist Göttlichkeit. Und Vasudevaya ist derjenige, der uns inne wohnt. So ist es also ein Mantra, das unsere eigene innere Göttlichkeit ehrt. Die Göttlichkeit, die jeder von uns und jedes Lebewesen in sich trägt. Es heißt, dass zahlreiche Wiederholungen dieses Mantras zur Erleuchtung und zur Erkenntnis der eigenen wahren Natur führen. Ich persönlich fühle mich immer sehr, sehr glücklich, wenn ich dieses Mantra chante. Es liegt mir sehr am Herzen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Und heute werden wir es in seiner traditionellen Form mit 108 Wiederholungen chanten. Wir haben es auch mit einer wunderschönen Melodie auf einer unserer anderen CDs, die ich dich ermuntern möchte anzuhören, weil es eine so schöne Art und Weise ist, die Bedeutung dieses Mantras zu feiern. Aber heute nehmen wir 108 Mal Om Namo Bhagavate Vasudevaya von der CD Mantras for Precarious Times. Jetzt lasst uns eine Körperhaltung einnehmen, die uns dabei hilft, entspannt und präsent zu sein. Wir atmen tief ein in unserem Bauch und stimmen uns auf das Mantra ein. Wir atmen tief ein in unserem Bauch und stimmen uns auf das Mantra ein. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Um 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 Namo Bhagavate Vasudevaya Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Halo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vielen Dank.